Ich glaube, er will mich umbringen in diesem Raum. Nur entspannen kann es sich eh nicht in den Dingern. Was soll das? Macht ihr Liebe oder worum geht es hier? Du bist mir jetzt nicht feindlich gesonnen, also warum soll ich darauf reagieren? Oh, ein Schloss. Damit habe ich nicht gerechnet. Was für ein Gehirnprofi ich bin. Ach, das ist der Wal. Den kenne ich aus ein paar Screenshots. Da ist das Arschloch und da kommt die Kacke raus. Ach, endlich wieder ein Niveau. Was ist los? Habt ihr was gegen Biologie? Herz des Wals. Dank der Brillanz sowjetischer Wissenschaftler wurde das Leben dieses Wals in einen Polymerkörper übertragen. Die mimetische Anpassungsfähigkeit des Polymers ist diesen erstaunlichen Tieren zu verdanken. Heutzutage passen sich Polymere den Inneren des menschlichen Körpers an, ohne eine Abwehrreaktion auszulösen und ersetzen sogar beschädigte Organe. Die Forschung ist noch lange nicht abgeschlossen, aber eines ist gewiss. Dieser Polymerwahl ist der erste Schritt zur Verlängerung des menschlichen Lebens. Dank des Talents sowjetischer Wissenschaftler. Ein fantastisches Exponat. Darf ich dich etwas fragen, Major? Wenn du nach dem Tod in anderer Form weiterleben könntest, würdest du es tun? Höchstens in einer Extremsituation. Wenn mir zum Beispiel die Beine abgerissen würden oder so. Aber findest du den Gedanken an eine Polymerunsterblichkeit im Großen und Ganzen akzeptabel? Ach, schwierige Entscheidung. Dann würden die Eliten unsterblich werden und die Kleinleute bleiben, was sie sind. Du bist nicht gerade ein Optimist, Major, was? Nicht mehr. Interessante Tatsache? Dieser Wal wurde von Michael Stockhausen erworben, der eine ganze Woche lang einen Walfänger steuerte. Interessiert mich ein Scheiß, Charles. Was ist vor allem eine interessante Tatsache. Theoretisch lebt der Wal also. Pejutsch sind resistent gegen Schusswaffen. Setze Nahkampfwaffen gegen sie ein, scanne deine Gegner, um mehr über deine Resistenzen. Ach, Pejutsch. Wisst ihr was die Pejutsch sind? Das ist das Vieh, was wir im Testchamber bekämpft haben. Und es ist auch gut jetzt zu wissen, dass sie gegen Schusswaffen ihre Resistenz aufweisen. Was ist das Vieh, was wir das Vieh? Da ist er drin. Was ist das für ein Scheiß in den Behältern? Vorsicht, das ist Piusch oder Efeu. Ist das äußerst gefährlich? Ach ja, den kenne ich. Und der abgerissene Arm ist natürlich mittendrin. Hätte der nicht einfach irgendwo in einer Ecke liegen können? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Vieh? 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 Ja, 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 ja. Oh, man, man, man. Tempokä. Meine Fresse. Fast hätte das Polymer-Drecksding mich gehabt. Hoffen wir, dass aus dem nächsten Behälter nicht gleich noch einer gekrochen kommt. Laut meiner Daten ist der zweite Behälter ordnungsgemäß verschlossen. Es muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Es kann nicht sein, dass meine Axt so schwach ist. Was die Puppe angeht, Vladlena, ich weiß, dass eure Spielsachen eigentlich nicht für kleine... Hast du das WDNA schon infiltriert, Major? Die Regierungskommission wird jeden Moment eintreffen. Ich bin drin und suche eine Möglichkeit, den Militär-Drill-Modus zu aktivieren. Hier war die Kacke am Dampfen. Das hat alles ziemlich verkompliziert. Sonst noch Fragen? Dann such schneller! Lass Dr. Setschenoff nicht wieder hängen! Apropos dampfende Kacke. Die Kinder bestimmt sind, doch es wäre schade, sie wegzuwerfen. Und ich fände es merkwürdig, sie selbst zu behalten. Jedenfalls wurde von zwei Wochen am Tor zur Anlage ein Welpe mit dieser Puppe im Maul gefunden. Vielleicht hatte er sich verlaufen, vielleicht war er ausgesetzt worden. Aber er schien gesund zu sein. Er weigerte sich jedoch, die Puppe herzugeben. Hat sie stur im Maul getragen. Wir haben kurz überlegt, ihn als Wachhund zu behalten, aber er war einfach zu stur. Super. Wir haben ihm dann Pavlov überlassen. Die lieben dort ja Hunde und werden ihm nichts tun. Aber ich wusste nicht, was ich mit der Puppe tun soll. Also dachte ich mir, ich schenke sie deinem Museum. Ich werde einfach traurig, wenn ich sie mir ansehe. Super. Dann können Kinder traurig werden, die zu euch kommen. Seid einfach zu doof. Ich muss leider warten, sonst kriege ich nämlich auch noch einen Stromschlag. Ja vor allem Hallo. Hab ich ein bisschen Bug ausgenutzt. Also Bug ist das falsche Wort. Aber ich hab sie kommen lassen. Ab heute erhalten die Technik-Spezialisten spezielle Karten, um ihren Einsatz von Nora-Fabrikatoren im WDNCH zu beschränken. Mir ist aufgehend, dass bestimmte Mitarbeiter verschiedene Geräte für den persönlichen Gebrauch angefertigt haben, dabei aber vorgegeben haben, sie seien für Arbeitszwecke gedacht. Ach, denkt daran, dass Nora-Komponenten kein Gemeinschaftseigentum sind, sondern von der Einkaufsabteilung regelmäßig eine Inventur durchgeführt wird. Bitte zwingt mich nicht, noch schärfere Maßnahmen zu ergreifen. Du hast eine Spielmechanik genutzt. Nicht in Polymer schwimmen. Mir ist so angekommen, dass Junior-Mitarbeiter aus der technischen Abteilung neu errichtete Gebäude während des Baus mit Polymer geflutet haben und darin schwimmen gegangen sind. Ich verstehe das. Es macht Spaß. Ich habe es selbst auch schon getan. Aber erstens ist es gefährlich und zweitens ist es albern. Außerdem bleibt das Polymer an den Trennwänden zwischen den Räumen hängen, was die Trockenbauplatten und die Verkleidung beschädigen kann. Wer in Zukunft beim Schwimmen erwischt wird, verliert seine Polymer-Resations-Bonus. Letzte Warnung. Man kann wohl, da hat auch jemand als Tipp geschrieben unter einem der Videos, die Drohnen-Dinger, wo die Reparaturdrohnen rauskommen, wenn du in der Nähe davon einfach was zerstörst, kannst du die mit Polymer einsprühen, das elektrifizieren und dann kommt wieder jede Drohne, die rauskommt, automatisch zerstört und kannst die ganzen Einzelteile einsammeln. Damit kannst du voll deinen, also bestimmten Bereich, du kriegst ja nicht alles von der Drohne, kannst aber voll Einzelteile pushen dann. Da geht es wieder zurück. Oh, ich bin zu doof gerade. Ah! An der Bühne war oben noch bei Post eine kleine 2 dran. Bei was für Post? Was war denn das Problem mit den echten Beta-Konnektoren? Da Kollektiv ursprünglich ohne Entscheidungsbefugnis geplant war, sollten darin eigentlich alle gleich sein. Ja, darüber haben wir schon geredet. Wozu brauchte man dann die Beta-Konnektoren? Um Kollektiv gegen Bedrohungen durch Personen zu schützen, die die Kontrolle übernehmen wollen. Das ist unmöglich. In Kollektiv sind alle gleich. Ach, scheiße, der Alpha-Konnektor. Genau. Eindringlinge oder oppositionelle Gruppen könnten versuchen, den Alpha-Konnektor zu beschaffen. Das könnte zu menschlichen Opfern führen und das wäre inakzeptabel. Gut, und wie würden die Beta-Konnektoren das verhindern? Sie verliehen ihren Trägern kein Entscheidungsbefugnis, ermöglichten es ihnen aber, im Kollektiv zu sein, ohne dazu zu gehören. Mit anderen Worten, sie waren komplett autonom, behielten aber den Zugang zum Informationsnetz. Na und? Das ist doch im Prinzip der jetzige Zustand. Du siehst es aus menschlicher Perspektive. Ja, welche andere Perspektive könnte ich denn... Ach, scheiße. Der Boss wollte einige Roboter mit Beta-Ringen versehen, damit niemand den Kollektiv sie kontrollieren kann. Dr. Setschenov wollte seine Zwillinge mit der Bewachung des Alpha-Konnektors betrauen. Wenn er bei Kollektiv eingeloggt war, konnte er sie von überall auf der Welt steuern. Doch niemand anders würde ihnen Befehle geben können oder auch nur wissen, dass sie existieren. Warte mal, Charles. Eine Sache kapiere ich nicht. Wäre es möglich, Kollektiv so zu starten, dass alle gleich sind und dann den Alpha-Konnektor zu zerstören? Natürlich. Aber da stellt sich die Frage, wer würde das denn wollen? Dr. Setschenov. Bist du dir da sicher, Genosse Major? Ja. Ich meine, ich glaube schon. Keiner macht ein System, wo alle gleich sind. Es gibt Leute, die Logikfehler im Spiel bemengen. Ich glaube, die haben alles nicht verstanden. Kann sein. Aber es ist halt einfach, ne... Jemand will halt dem Klonismus nicht die gleiche, sondern die Macht haben, so wie Klonismus halt häufig ausgenutzt wird. Klonismus hat nichts damit zu tun, dass es einen Führer gibt. Klonismus hat nichts damit zu tun, dass es einen Führer gibt. Klonismus hat nichts damit zu tun. Vor allem geil. Anstatt, dass man die Wolken einfach mit Fäden aufhängt, müssen die kleinen Rotormotoren haben. Alles andere wäre nicht dekadent genug. Ausstellungsbereich wird gescannt. Modul Kopf gefunden. Ermittle Koordinaten, analysiere strukturelle Integrität, Kopfposition, Cello-May-Ebene, strukturelle Integrität. Scheiße, ist es dunkel hier. Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Problem ist aber, also ein richtiges Problem ist, du musst für viele Sachen halt einfach mal stehen bleiben. Also Kampfmusik ist schon da und nun? Äh, äh. Freu mich auf. Ja. Oh. 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 Scheiß Wichser. Warum sind die Reinigungsroboter so ineffizient? Okay, dann anders. Scheiß Wichser. Nein, 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 weg hier! Okay, warum das Spiel dich am Anfang zwingend den Rundumangriff einzubauen? Ich fand eigentlich den harten Heap besser. Weg mit dir! Das gibt wenigstens viel Biomaterial. Dekadent, so können die Wolken fliegen und sich bewegen. Ja, aber das sollen sie ja an der Decke nicht. Also vielleicht doch, aber muss ja nicht sein. Der Neptun-Komplex ist eine Unterwasserstadt, die sich seit 1944 am Grund des Lasursees befindet. Es handelt sich dabei um eine einmalige Forschungsanlage, die sich vor allem der Arbeit mit bestimmten Wasserpflanzen widmet, die für die Polymerproduktion verwendet werden. Die Struktur des Komplexes und die Präzision des Designs wurden in Ingenieurskreisen dermaßen bewundert, dass internationale Investoren 1954 die sowjetischen Spezialisten baten, eine weitere Unterwasserstadt vor der Küste Islands zu bauen. Mein Inventar ist voll. Es werden schon wieder Sachen in mein Lager geschickt. Ist ja immer nett, dass das Spiel nicht sagt, Dein Inventar ist voll. Du kannst das nicht mitnehmen. Gib bitte zu einer Lagerstation. Was? Icarus. Achso, IKOS ist das fliegende Stadtkonzept. Lägt mich am Arsch, wo ist hier der gottverdammte Ausgang? Unterirdisch? Ich glaube im Labor habe ich eine Leiche übersehen, da wo ich den ganzen Androiden gekämpft hatte. Also eine Leiche mit der man reden konnte. Ich weiß nicht genau wofür die Dinger gut sind, also die aggressiven Kabeltrommeln, aber irgendeine Funktion werden sie ja wahrscheinlich gehabt haben, als sie noch ihrer Tätigkeit nachgingen und nicht Menschen getötet haben. Achso, das Aufstehen kann man immer mal übersehen. Ach, leck mich doch. Wo soll ich den Kopf finden? Du musst die Icarus-Halle betreten. Dort befindet er sich auf der ersten Ebene. Und wo ist der Eingang? Bedauerlicherweise verfüge ich nicht über diese Informationen. Nach der Störung ist alles durcheinander geraten. Ach, sag bloß. Hast du mal überlegt, den Beluga mit Strom zu versorgen? Was soll mir das denn helfen? Ich weiß nicht. Das war ja nur ein Vorschlag. Ja, ein Versuch kann nicht schaden. Ist ja nicht so, als hätten wir viele andere Optionen. Tereshkova, wo ist hier der Generatorraum? Ganz oben. Fantastisch. Wir sind also abgeschnitten. Was will man mehr? Drei fürs Zusammenzucken. Ich bin mir nicht so sicher, was ihre Spezialfunktion ist. Aber ich glaube, die können sich beamen, oder? Der hat dann zwischendurch einfach irgendwie weggeflogen. Also weg gewesen vor mir. Aber ich habe einfach doof geguckt. Der Beluga ist das schnellste Mehrzweck-Tauffahrzeug der Welt. Er kann Geschwindigkeiten von bis zu 78 Kilometern pro Stunde erreichen und zivile und militärische Missionen in Höhe von bis zu 3000 Metern ausführen. Wir haben in den letzten Jahren mehr über den Meeresgrund gelernt als im vergangenen Jahrhundert. Wenn du mich fragst, sollten wir lieber die Tiefen des Ozeans erforschen als den Weltraum. Faszinierend. Wieso das? Weil man erst mal sein Zuhause kennen sollte, ehe man sich bei anderen umsieht. Ich habe auch erst gedacht, am Anfang hat er sich in den Stuhl verwandelt. Ich habe auf den Stuhl geschossen. Aber es war gar nicht seine Funktion. Der Stuhl kam keine Ahnung woher. Warst du bei der Führung dabei? Spielt das eine Rolle? Nein. Vielleicht. Doch, gewiss. Aber es spielt keine Rolle mehr. Mir missfällt dieser schwammige, galärtartige Geisteszustand. Und ich möchte diese geistigen Qual nicht mit sinnloser Kommunikation verlängern. Die geistige Qual sinnloser Kommunikation. Charles, woher weiß der Genosse, dass wir beide miteinander geredet haben? Welch funkelnder Esprit und bissiger Humor, Genosse Major. Meine Situation ist unbehaglich. Nicht unähnlich einem längeren Warten vor einem Abschnitt oder einer langen Reise, die niemand machen will, aber sollte oder muss. Ganz schön düster, deine Philosophie. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Naja. Major ist bester Mann. Ist auch einziger Mann, den du hier triffst. Und der einzige andere Mann, den wir bis jetzt getroffen haben, ist unser Chef, beziehungsweise den haben wir nicht getroffen. Der kam immer zwischendurch vorbei. Und den wir am Bahnhof getroffen haben, das war ein Feigling. Mit dem konnte ich nichts anfangen. Also es ist relativ niedrig das Niveau der Männer in der Umgebung. Charles, nachdem Dr. Setschenov die neuen Gamma-Konnektoren hergestellt hatte, hat er die alten Beta-Konnektoren zerstört, oder? Offiziell ja. Aber zerstört wurde nur die Technik zur Herstellung der Beta-Konnektoren. Die zwei Prototyp-Ringe wurden aus den Aufzeichnungen entfernt und gelten als wiederverwertet. Warum der ganze Aufwand? Er wollte die Früchte seiner gewissenhaften Arbeit nicht zerstören. Dr. Setschenov behielt sie einfach als Andenken. Und wo sind sie jetzt? Sie waren irgendwo in Setschenovs Wissenschaftszentrum. Hier in der Anlage 3826. Aber seit die Störung begann, sind sie offenbar verloren gegangen. Offenbar? Dir ist die Lage doch klar. Derzeit weiß niemand etwas Genaues. Die Ringe könnten auf irgendeinem Labortisch liegen oder von wild gewordenen Robotern zerstört worden sein. Das sind auch die Ringe, wonach immer nachgefragt wurde. Gerade habe ich gehört, dass der Beluga, der im Ausstellungsraum hängt, vollständig ausgestattet ist und sogar über einen funktionierenden Antrieb verfügt. Kannst du dir das ausmalen? Was passiert, wenn da jemand den falschen Knopf drückt? Bestenfalls würde das Gerät einige Wände einreißen. Und an den schlimmsten Fall würde ich gar nicht erst denken. War sofort den Antrieb aus und installiere Barrieren. Sonst schicke ich dich zu Wawelow. Wanderräume stellen den nächsten Schritt in der Entwicklung der sowjetischen Wohngebäude und der sowjetischen Industrie dar. Unsere vielversprechenden Entwürfe für mobile Gebäude berücksichtigen sämtliche Anforderungen. Sie können starken Winden und Erdbeben trotzen und bieten den Bewohnern ausreichend Komfort für Arbeit und Freizeit. Schreckliche Überbleibsel aus der Ära des Kapitalismus wie Wohngemeinschaften, Arbeiterbaracken und andere menschliche Ameisenhaufen, welche die Sowjetunion vom gescheiterten Zarenstaat geerbt hat, werden bald der Vergangenheit angehören. Hinweis für Fremdenführer. Die Ausstellungsstücke werden momentan gewartet, weshalb Besucher die Wandelräume zwar ansehen, sie aber nicht betreten dürfen. Zu Widerhandlungen können zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Damit sind die beiden Posts gemeint, die hier sind. Das funktioniert nicht richtig, dass das abgewählt wird. Also das Post-Ding hier. Das haben wir schon seit Anfang an, dass sich das nicht ausblendet. Jetzt wurde gerade im Chat darauf hingewiesen, dass da ja steht, dass immer noch zwei Mates da wären, aber es ist halt Anfang an so, dass sich abgewählt wird. Also, wo ist denn jetzt ganz oben? Läuft! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah passt Schwimmen nicht in Polymer, das Polymer tut nicht gut Das macht zwei Rupel und 75 Coupéen Der andere Agent hat überlebt Das macht zwei Rupel und 75 Coupéen Das macht zwei Rupel und 75 Coupéen Das macht zwei Rupel und 75 Coupéen Die ruhigen Momente, wo man auch mal zum Klettern kommt Man tut ja sonst nichts für den Körper Ich bin mit den Wir können euch den Weg vor Dynamik haben sich dann relativ doch zurückgehalten Achso, deshalb bist du hier Wobei man merkt, dass man trotzdem mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen hat Weil am Anfang hast du, sag ich mal Ein sehr lineares Story-Spiel eigentlich Dann gibst du ein bisschen Open-World-Abschnitt Mehr oder weniger So Pseudo-Open-World Dann bist du Ja, weiß ich nicht Ein bisschen freier wieder Aber am Anfang haben die auch viel mehr In der Umgebung versteckt, fand ich So, ihr müsst dann näher ran, um zu erkennen Was für ein Roboter du bist Wir brauchen eine bessere Mann-Stop-Wirkung Rezept KS23M-Lauf bereits freigeschaltet Okay, Rezepte sind auch häufiger verteilt Dann Ich darf nicht einfach mal drücken Habe ich vorhin schon gemacht No Da. Hm. Hier kommt der Strom her. Bist du sicher? Ganz sicher. Warum? Warum? Weil es hier eins meiner heißgeliebten Relais gibt. Ach ja? Und ich dachte, du wirst eher an Behältern interessiert. Ach, komm schon. Ich bin ja so dumm und wegen meiner Dummheit bin ich gestorben. Falls jemand mich begräbt, gehören diese Worte auf meinen Grabstein. Was ist passiert? Ich wollte fliehen, aber ich wusste nicht, wie man diese Dinger am Boden dreht. Hätte ich nur den Durchgang öffnen können? Es ist ein Sicherheitsrelais. Sieht ganz einfach aus. Aber ich geriet in Panik und tat etwas Dummes. Und dann plötzlich Blut, Schmerzen. Und das war's. Ja, du musst dir da Farbe nach einstellen. Naja, dumm gelaufen. War nicht deine Schuld. Ich sag der fremden Führerin, dass du hier bist. Ich sag der fremden Führerin. Ich sag der fremden Führerin. Du, 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 du Ich bin voll klug, ich hab Quater mitzuhören. Was? Ich habe im Wasser Sachen übersehen. Achso, das wäre auch irgendwie der eigentliche Weg gewesen. Zeig, was deine Fähigkeit ist. Was? Ich habe mich wieder zu viel ablenken lassen, oder? Keine Geodaten, also geht das nicht als die Open World. Es geht einfach nur zum Komplexgebiet. Aber scheiße, dass ich gleich schon aufhören muss. Es tut mir so leid. Ich würde so gerne weiterspielen, aber ich muss leider für morgen Company of Heroes 3 Videos fertig machen. Noch in der Nacht und morgen um 10 Uhr spielen wir dann noch Company of Heroes 3 direkt. Deshalb auch wenn es so wirkt, dass ich heute früher mit Stream aufhöre, muss ich halt auch Stream noch ein paar Sachen machen. Ich bin einfach so reich. An Polymer, Linkshänder, Errungenschaft freigeschaltet. Bitte Vorgang auswählen. Wir sehen uns jetzt noch in die Kommentare. Oh, danke. Oh, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wobei ich bin auch neugierig. Untertitelung des ZDF, 2020 Also dann! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich gehe wieder zurück. Das macht keinen Sinn. Ich denke auch inzwischen, ich werde hier irgendwann nachher lang geschickt. Das habe ich mir nämlich gedacht. Was glaubst du so? Ich gehe wieder zurück. 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 Ich hole wieder zurück. Ich gehe wieder zurück. Zwar langsam muss es aber noch einmal treffen. Dafür brauche ich auch eine von Neuronenmodul und da habe ich noch nie eins eingesammelt bis jetzt. Das war's für heute. Du, 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 du. So, jetzt bin ich bereit zurückzulaufen. Ich habe mit dir schon gesprochen, Leiche. Boah, ich bin bereit zurückzulaufen. Ah, hier, noch da was looten, da was looten. Hm. Ach, hier sind wir. Komisch, wie ich jetzt unter Wasser einsammeln kann, was hat vorher nicht funktioniert. Also es kann sein, dass das noch ein Fehler war in der Travel-Version. Weil ich kann mich erinnern, ich habe zwischendurch mal versucht, irgendwo ans Wasser, also am Wasser was einzusammeln. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Das war's für heute. Ich fang gerade erst an. Ich fang aber nicht raus. Hm, noch so ein Idiot. Ach nee, wir hören übrigens noch gar nicht gleich auf. Ist da noch ein Stündchen? Wie wär's Polymer, wenn du mal aufhörst hier zu funken? Sehen wir mal, ob das hilft. Oh, ja. 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 Was machst du denn hier unten? Geh sofort wieder zurück. Dein Anzug kann diesen Druck doch nicht aushalten. Welcher Druck? Was glaubst du, wo wir sind? Wir sind unter Wasser, Genosse, um ein Tiefseegerät zu überprüfen. Schau nur, um uns herum sind Fische und andere Meerestiere. Geh zurück an die Oberfläche, Froschmann. Das ist ja interessant. Interessant ist vor allem, wie du diesen Druck aushalten kannst. Wenn du nicht sofort zurück an die Oberfläche gehst, bist du ein toter Mann. Also los, Froschmann. Den litten Arm hoch und gut aufpassen. Halte dich von diesen Rotoren fern. Was ist denn mit dem los, Charles? Ich mein, mir ist schon klar, dass er tot ist, aber trotzdem. Dies ist die PTBS-Version des neuronalen Netzwerks. Wenn ein Opfer plötzlich stirbt, kann sein Bewusstsein eine alternative Wahrnehmung der Realität auf der Grundlage seiner Vorlieben und der Umgebung modulieren. Oh, ja, das ergibt Sinn. Hm, 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 hm. So, sitzt ja nicht auf der Etage. Also, was haben wir denn da? Tereshkova, hörst du mich? Ja, lieber Genosse, die Kommunikation ist wieder hergestellt. Okay, wo ist jetzt dein Kopf? Mein Kopf ist da, wo er hingehört. Aber Clares Kopf müsste irgendwo auf deiner Etage liegen. Wie gesagt, irgendwas drückt mit schrecklichen... ...darauf, wie eine Migräne, wie ein Bagger, wie ein Berg. Verstehe ich ja, wirklich. Von deinem Gejammer bekomme ich ja selbst schon Migräne. Ich mache mich mal auf die Suche. Die ist im Wal drin, oder? Oder, ach, ach, nee. Die wird auf der Plattform sein, oder? Sieht aus wie ein Irrgarten für Kinder. Das wird ein Selbstläufer. Ach, da ist ein Polymer drauf. Ja, nicht ein Polymer, sondern eine Birne. Aber wo soll die Birne hin? Hier ist kein Loch. Ach, da hinten ist ein Loch. Ah, ich sehe schon. Du bist ja ein ganz schöner Springteufel. Aber was wird ein Selbstläufer in der Größe? Tja, und wie dreh ich dich jetzt? Hey, ich glaube, ich habe es. Noch nicht ganz. Jetzt kommen wir weiter. Biep, 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 biep. Na also, geil. Wer sagt's denn? Mhm. Wir sahen im Sonnenschein. Es war ein schändlich Ass. Am Wegrand, kaum geborgen, auf Sand und Kieselstein, die Beine hochgestreckt, nach artlüsterner Frauen, von heißen Giften voll. Geil, ich habe ein Kinderspiel geschafft. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Ich weiß nicht genau, aber viel ist es nicht mehr. Endlich, ich habe alle ihre Teile. Ja, ich soll über die Wolken darüber hüpfen. Sowjetunion ist so fortschrittlich und dann hast du ihn nicht mal in Jeff Pelk. Ach, bin ich... Ich bin am Gelände hängen geblieben. Wer häufig stürzt, tut sich häufig weh. Ich bin am Gelände geblieben. Die Bevölkerung von rund 2500 Menschen größtenteils Wissenschaftler und Bedienungspersonal. Die Plattform kann mit einer Geschwindigkeit von 47 Stundenkilometern fliegen und reiste am 1. März 1950 sogar zum Roten Platz. Wie fliegt sie, Charles? Die Ikaos? Mit Propellern, Major. Warum fragst du? Oh, ich dachte vielleicht mit magnetischen Kissen. Als würde sie vielleicht von unterirdischen Magneten abgestoßen werden oder so. Schade, dass du nie Wissenschaft studiert hast. Ich meine, stell dir vor, wir hätten überall in der Sowjetunion unterirdische Tunnel mit Magneten und sie würde darüber entlang fliegen. Klingt faszinierend. Aber bei unseren Anlagen handelt es sich im Grunde um unterirdische Tunnel. Und in einigen befinden sich tatsächlich Magneten. Die würde ich gern mal sehen. Aber der Name für die Anlage ist schon etwas komisch. Wieso das? Naja, dieser Ikaos. Für den lief es ja nicht so... Nicht so toll, also hat der Sonne verbrannt. Ja. Der Condor von Molotow wird jeden Moment landen. Alles ist bereit. Ich werde es jetzt tun. Schnell, beeil dich. Wir bleiben nur noch ein paar Minuten. Wir wissen nicht, was die KI gesagt hat dazu, dass wir sagen wollten, dass Ikaos in die Sonne fliegt. Speichere Daten. Schnell, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Danke für 8 Schuss. Das fällt mir jetzt erst auf. Du kannst 18 Schuss Schrotflinten-Munition stacken, aber du produzierst die in 4er-Schritten. Also kannst ja nur 16 Schrot produzieren. Also wahrscheinlich gar nicht der Entwickler im Nachgang noch Gedanken drüber gemacht. Schrotz. 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 Was ist das? 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 Natürlich weiß ich das, junger Mann. Das ist ja wohl offensichtlich. Wie kann ich dir dann helfen? Ich bin Fremdenführerin. Die letzte lebende, äh, nicht robotische, äh, du weißt schon, was ich meine. Schon klar. Und? Vor der Übergabe meiner Aufgaben an die Tereshkovas habe ich eine letzte Führung geleitet. Ganz feierlich. Meine Gruppe bestand aus Studenten. Als Belohnung für ihre Polymerbehandlung durften sie die Anlage besuchen. Zu einem schlechten Zeitpunkt. Und ich sorge mich um sie. Sie müssen hier irgendwo in den Ausstellungshallen sein. Vielleicht sind sie schon... Hör mal. Eigentlich solltest du evakuiert werden. Aber anscheinend kannst du auf dich selbst aufpassen. Bist du ein Wachmann? Sowas in der Art. Bitte finde sie. Als das Chaos begann, rannten sie davon. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Ich bin mit meinem Leben für sie verantwort... Oh, ich meine... Alles gut, beruhig dich. Ich versuche sie zu finden. Danke. Hab herzlichen Dank. Sag mir bitte, wenn du alle gefunden hast. Es waren zwei junge Männer und zwei junge Frauen. Ich werde hier warten. Was sollte ich auch sonst tun? Bist du es? Hasselt... Ja, aber nicht alle. Ich lasse dich wissen, wenn ich den Herz gefunden habe. Wir haben hier einmal diesen Jungen gefunden. Das war oben. Das ist bestimmt der eine in dem Labor noch gewesen, wo ich nicht mit ihm gesprochen habe. Aber wo war das denn nochmal? Ich glaube, das war auf der mittleren Etage. Da, wo der geschrien hat. Warum arbeitet denn hier keiner? Ja. Guck mal, daran erinnere ich mich noch. Was für ein Spruch, der gesagt hat, dass der reingegangen ist in den Raum. Aber glaubst du, ich weiß doch genau, wie ich gelaufen bin. Ach, ich wollte drüber hüpfen. Hier war das. Da. Warst du bei der Führung dabei? Verstehe ich sage der fremden Führerin, dass ich jemanden aus ihrer Gruppe gefunden habe, der wohl Medizin studiert. Ich glaube, das war die einzige, die ich übersehen habe, weil sonst habe ich niemanden gefunden. Bist du es? Ja, aber nicht alle. Ich lass dich wissen, wenn ich den Rest gesammelt habe. Scheiße. Ja. 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 Hallo. Wer denkt, dass er noch am leben ist? Ja. Ich glaube du bist buggy. Ja stimmt, ich habe zwei Jungs gefunden. Jetzt fehlt nur noch eine Frau. Da vorne liegt eine Leiche. Ja klar, lass dir Zeit. Faxe Nummer 1. Wie du weißt, sind wir alle aus dem Meer gekommen. Aber nur die Wale waren so klug, auch wieder zurückzugehen. Vor 50 Millionen Jahren waren sie große Säugetiere mit einer gleichen Anzahl Fingergliedern. Und doch zogen sie das Meer vor. Bewundernswert, nicht wahr? Fakt Nummer 2. Die Zunge eines Grauwahls wiegt über 4 Tonnen. Also etwa gleich viel wie ein erwachsener Elefant. Und es passen bis zu 50 Menschen darauf. Stell dir nur vor. Fakt Nummer 3. Wale nehmen Geräusche nicht so wie du und ich über ihre Ohren wahr, sondern über ihren Unterkiefer. Sie spüren Vibrationen und Unterwasserwellen. Wahnsinn. Fakt Nummer 4. Wale sind neben uns die einzigen Säugetiere, die singen können. Ein Wale-Gesang kann bis zu 40 Minuten dauern und unterschiedliche Motive und sogar Genres aufweisen. Fakt Nummer 5. Wale können bis zu 3,5 Kilometer tief tauchen. Da unten weinen sie fett statt tränen, um ihre Augen vor Salz und dem hohen Druck zu schützen. Fantastisch. Fakt Nummer 6. Wale haben eine sehr geringe Sehkraft und keinen Geruchs- oder Geschmackssinn. Sie können Essen nicht schmecken. Aber sicher haben sie einen tadellosen Geschmack bei ästhetischen Dingen. Aber das waren erst einmal genug Wale-Fakten für einen Tag. Ich könnte zwar noch ewig weitermachen, aber du wirkst beschäftigt. Hm. Okay, danke. Ja, sehr rücksichtsvoll. Wie du willst, ich bin jedenfalls noch hier, bis hier geschlossen wird. Ich bekomme von diesem Anblick einfach nicht genug. Ihr wisst, was gefehlt hat. Oh, ich habe doch einiges übersehen. Bin gerade aufgewacht und hatte eine hervorragende Idee für eine Ausstellung. Nun ja, weniger eine Ausstellung, mehr ein Erlebnis. Egal, jedenfalls, die Besucher kommen in einen dunklen Raum, nehmen sich ein Chibita, ziehen sich die Kopfhörer auf und hören so etwas wie... Lies das mal vor, Treschko. Stell dir vor, du stehst auf einem wunderschönen Feld, umgeben von einem endlosen Wald, der sich von Horizont zu Horizont... Dank der Brillanz sowjetischer Wissenschaftler wurde das Leben dieses Wals in einem Polymerkörper... So, weil ihr wisst ja alle ganz genau, der Wal ist das Säugetier mit dem größten... ...Gehirn. Ich hoffe, es stört nicht. Es ist warum mich gerade, dass ich die letzte Person nicht gefunden habe. Ich wollte heute sterben. Du hast an der Führung teilgenommen, oder? Ja. Ich wollte gar nicht kommen. Ich wollte einfach nur auf einer Bank sitzen und sterben. Ich weiß, das ist blöd. Aber was für eine Ironie des Schicksals. Kolja und ich haben uns gestern getrennt. Seine Eltern wurden nach Sachalin versetzt. Dem Echten. Nicht dem hier in der Ausstellung. Er ist mitgegangen. Er sagte, wir wären nicht mehr zusammen. Darum wollte ich heute sterben. Da hast du recht. Wenn man von einer Brücke stürzt, fühlen sich die Probleme auf einmal lösbaren. Bleibt nur das Problem, dass man gerade von einer Brücke stürzt. Aber als ich hier so lag, wurde mir plötzlich klar... Es gibt nichts Dümmeres, als wegen einem Verflossenen sein Leben aufzugeben. Es klang sogar noch albern. Ja, tut mir echt leid. Ich sagte Fremdenführerin, dass ich dich gefunden habe. Sie war... besorgt. B3 sollte keine psychologischen Behandlungen durchführen. Naja... Hast du sie gefunden? Ich hoffe schon. Ja, ich habe alle vier gefunden. In Wawilow, in Pavlov. In jeder Sektion war eine Leiche. Es hat natürlich niemand überlebt. Das ist... bedauerlich. Eine Schande. Aber wenigstens weiß ich, was passiert ist. Die letzte Führung hat kein gutes Ende genommen. Vergib mir, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Leider habe ich nichts, um mich bei dir zu bedanken. Schade. Ich hatte gehofft, dass du mir vielleicht ein Geheimnis oder einen Zugangscode verraten könntest. Welche Geheimnisse könnte eine Fremdenführerin schon kennen? Und wir verwenden keine Codes. Möge das Glück stets mit dir sein. Suche Belohnung. Danke für nichts. Manchmal ist die Hilfe auch das einzige... Nee, Dank, den du auch nur belo... Mein Gott. Manchmal ist auch Dank einfach die einzige Belohnung, die du kriegst. Also jetzt einmal Butter bei dir Fische. Hey, du warst verstorben. Jetzt kann nicht sein, dass hier nur ein Behälter liegt und der zweite nicht existiert. Kopf haben wir schon eingesammelt. Für den Roboter unten. Weil der letzte Kanister generell dafür fehlt, ja. Nur hier waren ja zwei Kanister. Wo soll sich der dritte Kanister verstecken? Also warum sollte der dritte Kanister irgendwie in einem anderen Abschnitt sein? Also das will nicht in meinen Kopf rein. Höher und höher. Legenden sterben nicht. Das gilt selbst für landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Und die Proben der speziell gezüchteten Pflanzen, die hier zu sehen sind, können in jeder Umgebung überleben. Sogar auf der Oberfläche anderer Planeten. Okay, das ist der Stuhl, der oben fällt. Aber hier gibt es nichts. Es frustriert mich. Ist nicht irgendwo ein Loch in der Wand. Keine Ahnung. Na komm, geben wir dir mal den Kopf. Hab schon wieder genug Zeit mit so knapp vertrödet. 2, 2, 7, 9, 9, 1, 0, 0. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Danke, lieber... Alle Körperteile wurden zusammengesetzt. Und jetzt? Selbst Reparatur abgeschlossen. Ich bin betriebsbereit. Danke, Genosse. Wir initiieren jetzt die Startsequenz. Erste Startcode-Sequenz erstellt. Bestätige, dass die Startcode-Sequenzen übereinstimmen. Zweite Startcode-Sequenz erstellt. Startcode-Sequenzen stimmen überein. Initiiere Wechsel des WDNH-Betriebsmodus. Neuer Modus Militärdrill. Uh, ich glaub, wir haben's geschafft. Danke, meine Damen. Danke, lieber Genosse. Genosse Molotov, ich bitte Sie. Hier ist es nicht sicher. Immer noch gefährlich. Mir wurde gesagt, es sei alles unter Kontrolle. Es gab ein kleines Problem, aber Major Nechaev... Verzeihung, ich meine, Agent P3 hat sich bereits darum gekümmert. Worum genau hat er sich gekümmert? Hier ist ja alles voller Blut. Das ist kein Blut. Das ist Farbe. Genosse Sechenov, Sie spielen da ein gefährliches Spiel. Ich grüße Sie, Genosse Molotov. Von welchem Spiel reden Sie? Sie wissen genau, was ich meine, Genosse Sechenov. Ihre lokale Störung ist in Wirklichkeit eine weltweite Katastrophe. Roboter im Kampfmodus. Zahllose Menschenopfer. Soll ich fortfahren? Aber gerne doch. Doch zunächst möchte ich wissen, von wem haben Sie diese Information? Von Vasiljevic Petrov, Ihrem Ingenieur. Ein hervorragender Robotiker. Ein angesehener Bürger der Sowjetunion. Das war er einmal. Jetzt ist der Gefangener Nummer 2303-85 verurteilt zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex. Auf Ihren Befehl und in direkter Verletzung des sowjetischen Rechts als Minister, Industrieminister, kennen Sie die Konsequenzen. Hier ist das Dekret des Generalstaatsanwalts. Der Start des Neuronalen Netzwerkskollektiv wird nicht stattfinden. Und Ermittlungen zu Ihrer Person werden aufgenommen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Genosse Sechenov. Genosse Molotow, könnten wir sprechen. Unter vier Augen. Glauben Sie dadurch etwas zu ändern? Schön. Treffen wir uns hier in 15 Minuten. Michael, Treffen am Landeplatz. Aber sofort. Tut mir sehr leid. Nur zu, nur zu. Haben Sie es nicht eilig, Ihren Meister zu sehen? Stockhausen wirkt sehr beflissen. Stimmt das nicht, Major? Major, ich habe Sie was gefragt. Tür verriegeln. Was soll das? Ich sagte Tür verriegeln. Tür verriegeln. Ich sehe schon, ich träume. Aber wahrscheinlich wurden wir unter Drogen gesetzt. Ach, die Bienen. Bier. Ab wann. Geh. Entschuldigung. Möhm. Oh, 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 oh. Soll es wohl sowas für eine Katze werden? Oh, ich bin, ich bin Fury, äh, Fury. Es gibt übrigens 98 Äpfel. Huiiii. Ich glaube, da spielen meine Kriegserfahrungen ein bisschen meiner Traumwelt mit. Oh, oh, oh. Ups, natürlich den Abwind treffe ich nicht gut. Hm, wahrscheinlich war ich schon das... Nein! Ah, das Bewegungs-Upgrade habe! Jetzt aber. Wo ist er mich daran, dass ich den Super Mario filmen wollte? Er kommt ja erst noch. Ich bin wahrscheinlich nicht rüber. Ja. 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 Du lügst, ich habe keinen Apfel vergessen. Ich habe alle Äpfel mitgenommen im ersten Gebiet. Deshalb bin ich halt extra mal rumgelaufen. Das ist hinten links, hier ist kein Apfel. Leck mich, da ist wirklich ein Apfel. Der war wohl beim Rutsch nicht eigensammelt. Ach verdammt, ich wollte gerade schon sagen, du verarschst mich. Der Chat, ich sehe immer, dass der Chat böse ist eigentlich. Na gut. Ja. 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 Gut Loops. Ja. 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 so um 60 von 98 äpfeln explodiert da den backofen ich habe jetzt katzenpfoten weil ich was auch immer ich bin ein katzenmensch oder katzenlosser immer ah ich habe das spiel ja ich habe das spiel ausgetrickst habe ich gerade gesagt nein noch mal austricksen ich kann mit dem ausweichen einfach da reingehen so 90 von 98 äpfel nein ich habe einen apfel übersehen da hinten das archiv ist nicht so wichtig aber die ehre gebietet es mir zurück zu gehen da könnte er die szenerie noch mal genießen das war jetzt alle archiv mit apfelkuchen so marienkäferbomber zurück in mamas bauch die welt sieht so nur aus wenn du drogen nimmst und selbst das ist nicht gesichert mein junger du lebst mehr oder weniger die regierungskommission sie sind tot monatops leiche ist hier was ist mit den anderen wie viele leute waren bei ihm etwa 15 einige könnten überlebt haben find es heraus was zur hölle ist hier passiert wer hat das getan die roboter kam wohl rein du hattest glück heil zu entkommen die kommissionsmitglieder sind tot alle das ist tragisch aber es ändert nichts kollektiv muss immer noch aktiviert werden ganz meine meinung aber was machen wir mit dem toten politbüro mitglied wir haben da nicht viele optionen rechts kümmere dich michael gehe zur sendeanlage und sorge dafür dass die regierungsleitung gekappt ist beeil dich jawohl aber der kreml wird einen bericht des genossen molotov erwarten ich werde das politbüro persönlich über diese tragödie informieren schnell michael wir haben nicht viel zeit links hilf hier wie geht's dir mein junge nicht gut ich habe wieder versagt es ist einfach zu viel es ist für uns alle zu viel dieses schreckliche ereignis in der die mir ist es ist das ist Das war's. 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 Okay, ich hab's. Das war's. 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 Aber wie gesagt. Das war's.